Lady in Red Mathilde von Belgien brilliert am 27. Mai an der Seite ihres Mannes König Philipp beim Königin-Elisabeth-Musikwettbewerb in Brüssel. Die Königin strahlt in einer funkelnd roten Robe mit leichten Puffärmeln, die mit ihren Pailletten einer Disco-Kugel gleicht. Für das Kleid hat die Königin tief in die Tasche gegriffen. Es stammt von der Designerin Jenny Peckham und kostet umgerechnet 3.670 Euro. Rote Pumps, eine kleine Klatsch und ein farblich abgestimmter Blumenstrauß machen den Look perfekt. Damit stiehlt sie ihrem Mann König Philipp bei diesem Auftritt die Show, der in seinem schwarzen Anzug daneben eher unscheinbar wirkt. Beim Königin-Elisabeth-Musikwettbewerb werden die besten Geigerinnen und Geiger gesucht. Das Königspaar besucht das Finale im Konzertsaal Bussar. Sie sitzen auf einem Balkon und winken dem Publikum zu. Mathilde scheint sich zu amüsieren. Sie lächelt auf fast jedem Bild und strahlt mit ihrem glitzernden Kleid um die Wette.